Born Hero 2. Zwei junge Polizisten in Hongkong bekommen die größte Chance in ihrer Laufbahn. Sie haben den Auftrag, ein marktbeherrschendes Rauschgiftsyndikat zu sprengen. Einer von ihnen ist Conan Lee, der Super-Karate-Star des asiatischen Films. Aber auch seine Gegenspieler sind nicht leicht zu bezwingen. Born Hero 2. Kaum ein Film der letzten Jahre hat ein derart rasantes Tempo und so spannend inszenierte Action-Szenen aufzuweisen. Born Hero 2. Ein Action-Film, der ihnen den Atem nimmt. Meisterhafte Kampfszenen, verwegende Stunts lassen das Herz eines jeden Karate-Freundes höher schlagen. Eine Augenweide in diesem Film ist auch die bildhübsche Nina Lee-Chi. Für die frühere Miss Asien begann hier eine erfolgreiche Filmkarriere. Hier ein Glas. Und jetzt aufgepasst. Und nicht mit den Augen zwickern. Halt! Ah! Wo ist es denn? Es ist nicht kaputt, also muss es hier sein. Wo ist es denn? Es ist nicht kaputt, also muss es hier sein. Born Hero 2. Tempo-Spannung-Action. Eine herausragende Produktion von Cinema City. Diesen Film sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ihre Videothek hat ihn.